Hey, schön, dass du da bist. Ich habe eine besondere Ankündigung zu machen. Am 9.6. dieses Jahres wird das noch mehr Erfolg mit Frauen Live-Seminar stattfinden. Das wird hier in Berlin sein und dort hast du die Möglichkeit, mich live sprechen zu hören und mir deine Fragen zu stellen. Und wenn du das Video jetzt siehst und nicht genau weißt, wer ich bin, lass mich dir kurz vorstellen. Ich bin Tim Annewolson, ich arbeite seit mehr als fünf Jahren als professioneller Dating- und Flirtcoach und habe dabei über 100 Männern offline und über 1000 Männern online dabei geholfen, mehr Sex zu haben, die Partnerin zu finden, die sich wünschen oder allgemein mehr Selbstbewusstsein als Mann zu entwickeln. Und all dieses Wissen habe ich in dieser Zeit zusammengepackt in verschiedene Pläne, verschiedene Schritt-für-Schritt-Pläne, denen du einfach folgen kannst, damit du an dein Ziel mit Frauen kommst, damit du eben noch mehr Erfolg mit Frauen hast. Und all diese Dinge wirst du auf dem Seminar lernen. Das wird einen Tag in der Seminar, ist von 10 Uhr morgens bis 20 Uhr abends hier im A&O Hostel am Berlin Hauptbahnhof. Das Ganze ist super zu erreichen, du kannst auch da günstig umernachten, wenn du nicht so viel Geld haben solltest. Und es gibt jetzt die Möglichkeit für dich, dir dein Ticket zu sichern. Und so habe ich da zwei verschiedene Varianten zu ausbauen. Und zwar das Standard-Ticket, was momentan noch 9,99 Euro kostet, und das VIP-Ticket für momentan noch 49,99 Euro. Das ist noch die Frühbucher-Phase. Ab 1.5. werden diese Tickets teurer werden, deswegen sichere dir jetzt schnell dein Ticket. Wenn du dir ein VIP-Ticket sicherst, dann hast du nicht nur Zugang zum Event, sondern sitzt außerdem in den vorderen Reihen, wirst mit mir abends noch essen gehen, das heißt, da kann ich dich nochmal individuell beraten. Und du bekommst eine 1-on-1-Coaching-Stunde von mir, die normalerweise um die 100 Euro oder mehr kostet. Jetzt möchte ich dir aber noch erzählen, was du überhaupt auf dem Event lernst. Zum einen wirst du von mir eine Schritt-für-Schritt-Einleitung bekommen, wie du Frauen besser kennenlernst, Frauen ansprechen kannst, Dates mit ihnen hast und dann auch in eine Beziehung mit ihnen kommst oder mit ihnen schlafen kannst, je nachdem, was du möchtest. Das heißt, ganz egal, ob du jetzt mit vielen Frauen schlafen willst oder ob du eine tolle Beziehung führen willst, ich bin für dich der richtige Ansprechpartner und wir werden diese Fragen auf dem Event klären. Ja, ich werde Vorträge halten, zusätzlich hast du aber die Möglichkeit, mir in Frage-Antwort-Runden deine Fragen zu stellen und ich bekomme sie dann von mir persönlich beantwortet. Zusätzlich gebe ich dir meinen Schritt-für-Schritt-Plan zur Entwicklung deiner eigenen Männlichkeit mit, Da werden wir auch viel über reden. Männlichkeit, Flirten, Dating werden die Hauptthemen sein und mein Ziel ist, dass nach dem Seminar bei diesen Themen für dich keine Fragen mehr offen bleiben. Um das sicherzustellen, habe ich noch einen ganz besonderen Gastredner eingeladen, den ich an dieser Stelle noch nicht verraten möchte. So viel sei gesagt, dieser Mann hat fast genauso viel oder etwas mehr Erfahrung als ich, was das Thema Dating und Flirten angeht. Er macht das Ganze auch schon seit mehr als fünf Jahren. Der hat sehr viel Erfahrung, was Psychologie, was Manipulation angeht und er wird einen super spannenden Vortrag halten, auf den ich mich jetzt schon freue und auf den du auch gespannt sein kannst. Wenn das jetzt interessant für dich klingt, dann sichere dir dein Ticket, indem du hier unten auf den Button klickst. Wie gesagt, kannst du dir das Standard-Ticket sichern. Wenn du das VIP-Ticket möchtest, scrollst du ein bisschen weiter runter und holst es dir da und dann würde ich mich freuen, dich am 9.6. hier in Berlin auf dem noch mehr Erfolg mit Frauen Live-Seminar begrüßen zu dürfen. Allein... Allein...